Hallo liebe Abonnenten und alle, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freedoms Download Tips. Heute mit einem weiteren interessanten Programm. Ich habe euch jetzt ja auch schon Paint.net gezeigt, wie man Bilder erstellt und bearbeitet. Und jetzt zeige ich euch, wie man Bilder konvertiert. Das ist nicht so einfach, gerade auch nicht bei Windows. Ich glaube, das ist aber gar kein Betriebssystem einfach. Aber mit dem Programm ist das wirklich so leicht, dass man es nicht falsch machen kann. Ich habe hier ein PNG-Bild. Eigenschaften. Und das ist ein PNG-Bild von Minecraft, ein Screenshot. Und den möchten wir jetzt mal konvertieren. Machen wir das Programm auf. Very Drop nennt es sich. Ziemlich einfach. Und ihr seht ja schon vier Areas. Wir können hier vier Bilder gleichzeitig konvertieren. Und hier seht ihr ja schon überall unterschiedliche Formate. Wenn ich es da rein tue, wird es zu PNG, ist es aber schon da rein auch. Da rein wird es zu einem JPEG-Bild. Und wenn ich es da rein tue, zu einem TIFF-Bild. Ich kann hier auch noch auf Set gehen und irgendwo hier die ganzen Bildformate einstellen. Ich könnte es auch zu einem BEMP oder auch einem GIF-Bild machen. Wie man das halt möchte. Und da kann ihr ja auch die Auflösung einstellen, die das Bild haben soll. Also die Abmessung. Und auch die Qualität kann man verändern. Alles mögliche. Man kann auch eine maximale Dateigröße einstellen, die es nicht überschreiten soll beim Konvertieren. So kann man übergroße Bilder verhindern. So, und da das hier ja ein kleines PNG-Bild ist, möchte ich das jetzt mal zu einem JPEG-Bild machen. Voraus sei gesagt, ihr braucht Programme, mit denen ihr solche Bilder öffnen könnt. Standardmäßig ist auf Windows 8 zumindest nur ein Programm da, womit man JPEG-Bilder und PNG-Bilder öffnen kann. Die anderen Bilder kann man irgendwie nicht öffnen. Da wird dann eine interne Foto-App gestartet und das Bild wird total klein angezeigt. Und ich kann hier einfach die Auflösung einstellen. So, nehmen wir mal jetzt HD, die normale HD-Auflösung, nicht Full HD. Und dann einfach auf OK klicken. Und jetzt, ganz einfach, nehmt ihr einfach das Bild, zieht es mit der Maus hier rein in eine der Areas in die PNG, also ich meine, ne, JPEG-Area meine ich, und lasst es fallen. Und es wird konvertiert. Und jetzt ist das hier ein JPEG-Bild. Und hier könnt ihr eröffnen mit, nehmen wir jetzt mal, also wenn wir auf Fotos gehen, dann wird es in Windows 8 selbst geöffnet. Ja, nehmen wir mal das hier wieder, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, denn das ist jetzt ein normales Bild. 1280x720 und das hier war ein Full HD-Bild. Oh, doch nicht, war auch die gleiche Auflösung. Aber ihr könnt damit Bilder auch ganz einfach zuschneiden und so. Und die Formate ganz easy konvertieren. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, Rückmeldung und so. Wäre ganz nett. Und dann, ich will ja auch nicht betteln, um Daumen hoch und so. Ist ziemlich armselig. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Viel Spaß und bis dann.